Wenn ich mal den hier verfehle. Oh! Ja, hab ich das hier doch auch noch. Man merkt, dass es spät wird. Warum? Kein Zuschauer mehr. Nur noch drei Leute im Chat und das bin ich. Und wer noch? Na, ich. Das ist einmal der Mobot, der alles überwacht. Dann ich selbst und dann noch mein Security-Bot. Ich muss unbedingt gucken, wie das geht, dass der Bot alles begrüßt, was im Chat ist. Also, momentan spiele ich, muss ich sagen. Ja, das musste mit drei Stürmer, zwei, äh, das ist das Wache und einem Jäger-Sat. Ich weiß nicht warum, aber da ist das cool. Kein Stress. Uh! Ach, Magnum will ich nicht. Oh, das Bier schmeckt echt kacke. Äh, mag jemand die ein bisschen? Hm, was hat sie denn? Gern, hör damit. Äh, räuberisch. Äh, sorgfältig, tödlich. Äh, klingt gut. Äh. Ich. Nee, du hast sie. Oder war sie kontaminiert? Ich hab sie. Von Menschler aus, ne, ich mal. mp5 ja doch ich hab's ja aber ganz ehrlich ne allein schon wegen dem gearsquad 2 4 und wegen dem schaden was sie macht so gucken wir mal ob das bier besser ist das riecht nicht nach alten socken es schmeckt auch besser ja dann nehme ich sie wieder niemals du musst gebühren dafür zahlen na dann jetzt oder wollte wie lange brauchte noch fünf minuten zwei minuten dann gehe ich eine brauche hey der darkson auftrag allen genannten gegner ausschalten boah das schafft man niemals drei elektronikteile umwandeln und ne schafft man nicht 15 schwachpunkt treffer ne das schafft man nicht 50 liga in der darkson flote schaffen wir nicht ne also wir trauen uns auch überhaupt nicht auch wenn das spieler kommt und damit dann rufe ich ja wenn dann spieler ist dann rufe ich sofort daten an und bettel dass sie mich nicht töten keine ahnung das machen wir hier an allen tagen mal eben weg nee ist er ich weiß nicht vor vor der aufträge das haben wir in zwei tagen was in zwei tagen alter seid ihr schlecht das mache ich dir in einer halben stunde ne vor dem patch bin ich halt sehr viel darkson 56 gelaufen spielend teilweise auch alleine jetzt kannst du nicht mehr in der 1 alleine sein doch das geht mittlerweile ne wenn da andere spieler kommen dann nicht leider nicht deswegen darkson gehe ich auch generell nicht mehr alleine was dann los jetzt naja ich mach noch so mucki smucki hey allein jetzt schon schaffen wir 40 liga ich gebe einen scheiß drauf ganz ehrlich das machst du ja alles so nebenbei in drei wochen lang ist es ja vielleicht irgendwie keine herausfordernde Dinge mehr laufen ja die mach ich sowieso nicht mehr aber man bekommt auch Satt heiliger ich hab das letzte mal Glück gehabt dass ich das einzige warum du es laufen kannst es sind phoenix credits wenn sie sie wenn sie dir ausgehen da machen phoenix credits moment 1400 kohle brauche ich mit dem ich brauche mats ich brauche mats hier ist der erste tina ein tina von kohle zwei schwachpunkt treffen schon 2 schwachpunkt treffen schon 0 kohle na 2 4 schwachpunkt treffen schon 5 4 4 schwachpunkt treffen schon Vier Cleaner Ah, da kommt der Dicke Bei dem können wir die Cleaner machen, die Schadens Ja, einfach von hier raus, den Tommer Acht Schwachpunkte, da hat er gekommen Zwei brauche ich noch und bin fertig 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 Ah, fuck 11, die wir sind Ich bin eigentlich oben rum Oh Wie bei Super Mario auch Aber Kiste ist nicht da, Boss ist nicht da Oh, da liegt was Goldes Das ist ja gerade Fallen gelaufen Ach noch Alter Ah, was ist los mit euch? Auf, 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 ich bin tot Ja, so kurz vor Ende noch ein Tod, ist doch auch schön Und doch ist wieder ein Zuschauer drin Aber du, warum soll ich froh sein, dass das keiner sieht Das soll ja jeder sehen, dass man nicht perfekt ist Also das innen drinnen ist meins Oh, Katze heransaliert Wer ist schon perfekt? Oh, keiner Außer Chuck Norris Danke, dass du mir das Zeug geklaut hast Ach, ich bin ja Schade, schade Fertig 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 Fel spike Die Schade Fertig Alter, was macht die Katze Wo sind sie? Ah Ich komme mit Ich komme mit Hehehe Fertig Wow, versiegelter Behälter Ich könnte jetzt schon wieder abgeben, ja War ja klar, dass die jetzt kommt, ne? Die machen wir noch, dann gehen wir ab und dann gehen wir ready Ja Ja, war ja fern, ne? Ja, ist ja ein Magazin drin, direkt, ne? Ja, aber wo kommt die? Ja Ich bin schon auf der Karte Unten Mach die Scheiße Oder nicht mehr Er läuft nicht bald Äh, der anderen hast du nicht Ich werde angegriffen Er läuft alle weg von mir Äh, wo bist du? Da hinten ist er Ich steh da immer noch, weil ich auf die Karte geguckt hab Aber lauft schon mal hin, ich komm da hinterher Irgendwie Da sind ja noch Cleaners Ja, toll Ich hol dich Fuck Ne, ich bin tot Toll Ja, warte, du bist ja halt gleich beim Äh, Dingspunkt hier Ne, holt die Küste Das ist doch auch durf Warte mal her Warte mal her Weil, bis du da bist Hast du ne Ulti, Philipp, ne? Ich mit Ich komm mit dir mit deinem Das gibt's doch nicht, Alter Ähm, 870 Schrotfilter Ey, die Katze nervt mich Die lenkt mich voll ab Die, die jagt schon irgend wieder was Die lenkt mich voll ab Oh, 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 oh Wieso rennt die auch weg? Ich bin auch tot Ja, dann scheiß ich jetzt auf mein Zeug, aber das krieg ich nicht Boah, ich gucke bitte Jo, in der Heilung, Alter, lecker Jo, in der Heilung, Alter, lecker Theoretisch müssten wir da gemeinsam hingehen Nö, scheiß jetzt auf das Zeug, brauche ich nicht mehr Ja, du bist das nicht Jo, du bist vielleicht Ach, kein Ding, da laufen andere Spiele einfach auf, einfach Die Küche ist weg, das kann ich nicht mehr, oder? Aber lass uns den Du bist so, nein, ich gucke das Ja, dann Ich meine, ich gucke nicht mehr Vielen Dank.